Hallöchen, 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 herzlich willkommen zurück zu Stories Untold und wir sind jetzt in Story 3, The Station Process und ich bin sehr gespannt, was uns dort erwarten wird. Ich starte die Episode oder die Geschichte und blende mich aus. Try to look around for clues. Ja, das haben wir schon des Häufigeren getan, einfach mal look around eingegeben. Oh, 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 The Station Process. Ich bin gespannt, ob die noch irgendwie miteinander zusammenhängen, die ganzen Geschichten hier. Stranger Things Das Intro ist sehr, sehr cool gemacht. Das mag ich sehr gerne. Okay, was erwartet uns jetzt? Station 3, du lest mir? Gib mir ein Signum, Mann. Dieser Sturm ist ziemlich wild. Okay, ich glaube, ich glaube, es geht los. Äh, log in. Kann ich das hier eigentlich... 0 3 0 3 1 9 6 8 Okay. Wir sind in der Nordpush Station. There he is. Finally. What took you? Is the microphone still broken in Station 3? Oh, take that as a yes? Yeah, you can't reply. You should be able to hear you though. Can see activity registrant, so your voice is definitely going through. Oh, okay. We can chat later 3. Yeah, this is pretty serious. I've had a distress call from Central. There's a situation and we have to fire up signal monitoring and relay systems right away. What kind of situation? I don't know. I'm assuming it's got something to do with this storm. Whatever it is, it's big to want to involve us. Shit. Okay, what do we do then? Well, my fucking cabin power isn't holding up in this weather, so I can't process the signals myself. Two, you need to feed the frequency information through to the backup terminal in Station 3. And three, you just need to tune, decode and process. Just refer to the handbook on the microfilm. It'll walk you through it. Okay, I've never done any of this stuff, so I'm not going to be much help, I'm afraid. It's simple, honestly. You could do this in your sleep. Okay, first one is due to appear in a minute or so. Have a quick read of that microfilm handbook. It should be on your left. I'm going to get suited up and restart the generator. Don't fuck it up. Okay, ich gebe mir Mühe. Ich kann jetzt hier irgendwie in so einen Mikrofilm gucken. Stupid. Kann ich mich wieder rumrollen? Ah, okay. Mit Tab schon wieder. Okay, three, we're up. Do whatever it is, you're supposed to do. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Kann ich irgendwie ranzoomen? Ich habe keine Ahnung. Was soll ich tun? Input Broadcast Authorization Key. Wie soll ich denn hier irgendwas lesen können? Kann ich da irgendwie... Ah, so kann ich ein bisschen ranzoomen. Okay, Contents. Callback Code, what? Sigma. Abacus, Portfolio. Kansas, Mask. Whisky. Was? Wovon reden die denn? Steht hier irgendwas? 1930 Kilohertz FM. Wenn ich das jetzt einfach einstelle. 1930 Kilohertz FM. Oh, jetzt habe ich es ausgemacht. 13, 0, 14, 14, 9, 3. Okay, nochmal. 13, 0, 14, 14, 9, 3. Ach, jetzt kann ich es eingeben. 13, 0, 14, 14, 14, 9, 3. Cobalt Reference, Abacus. Okay. Abacus. Das haben wir hier gelesen. Ich glaube ganz am Anfang. Abacus. Abacus. On receipt of this callback code, conversion operators must input the following command lines to determine and execute. Sys-exe minus d minus e. Sys-exe minus d minus e. Und dann? Ai, 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 ai. Allocate. Ist das ein Doppelpunkt? 202 Bindestreche. Ah, what? What the fuck? Allocate. 202. 202 oder 262. Kann das ganz schlecht lesen. Oder sogar 282. Ah, guck mal. Das ist nur nicht mehr scharf. Schade. Man kann ranzoomen. Ah, so kann ich es wieder scharf stellen. Ah, okay. Allocate 282. Also, allocate Doppelpunkt 282 minus a. Allocate. Allocate Doppelpunkt 282 minus a. So. Line 3 ist Output Log Bindestrich False. Nein? Ich möchte... Hä? Output Log False. Execute. Okay, das zweite ist falsch. Allocate 282 Bindestrich a. Allocate 282 Bindestrich a. 13, 0, 14, 14, 9, 3. Was habe ich denn da falsch gemacht? Allocate 282 minus a. 13, 0, 14, 14, 9, 3. Allocate 282 minus a. Allocate 282 minus a. So. Allocate 282 minus a. 13, 0, 14, 14, 9, 3. Ne, das zweite... Hä? Allocate 282 Leerzeichen minus a. Ah, das ist doch ein a oder nicht? Weiter ranzoomen geht auch nicht. 2, ist doch eine 0. 2, 0, 2. Aha. Allocate 202 minus a. So. Nein, nicht nochmal zurückgucken. Ich wollte eigentlich mit Tab jetzt das Dings hier wechseln. Kann ich jetzt bitte exekuten? 13, 0. Da war eine schwierige Geburt. Okay. Okay. USB. 3500 Kilohertz. 3500. Das war zu viel. Na. Gar nicht so leicht als einzustellen. 14, 0, 1, 2. Oh Gott. Okay, das muss ich gleich nochmal von vorne hören. 26, 14, 0, 1, 2. Nein, das ist doch... 26, 14, 0, 1, 2. Oh, da fehlt noch die 2. So. Chevron. Okay, Chevron ist unser nächstes, äh, Codewort hier. Äh, nein, nicht drehen. 26, 14, 0, 1, 2. Was ist das? Was? Nee, Chevron war das, ne? Whisky. Landscape, Orange. Central, Home, Jennifer, Sacrifice, Drive. Chevron, da sind wir. Rev.init, minus W, minus Z. Rev.init, minus was? Minus W, minus Z. Minus W, minus Z. Frog begin. Frog begin. Get, Punkt, int, Ecke, Klammer, X, Y, Z. 26, 14, 0, 1, 2. Was? Get, Punkt, int, X, Y, Z. Nicht doof? Oder soll das auch Init heißen? XYZ? Nee. Nee. Oder ist das, ach so, ah, 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 okay. Oh Gott, X ist der zweite, Y ist noch der fünfte, Z der sechste. Okay, äh, jetzt machen wir zwei, fünf, sechs. Fünf und sechs. 26, 14, 0, 1, 2. Da fehlt ja jetzt das Leerzeichen. Da fehlt jetzt, glaube ich, das Leerzeichen. Wird ja nicht, so. Erstmal muss da kein Leerzeichen, sondern da. So, puh. Ist gar nicht so leicht, ey. Uh-huh. Was? Next one coming up. Um, one. What does G, C, S mean? G, C, S? What do you mean? Yeah, no, this next one has come through with an additional note. G, C, S, 3, equals E, 1, V, 1, M, 1. I've not seen it before. Check the microfilm. Might be something in there about it. Listen. Let me know when you're done with that one. I haven't heard back from the transport team, and I'm starting to worry. Sure thing. Okay, here it is. Whoa. Okay, that's different. Flash in red screen. Yeah, quite the warning sign. Shit. Something's going on. The last two must have just been testing the system. Tune it as normal, and I'll see what I can find out, once I get these goddamn lights on. Okay, ich dachte, ich müsste da jetzt schon was gucken. 11, 100, 11,320. Mit Zahlen habe ich es auch nicht so. 11,320 Kilohertz AM. Bei AM sind wir. Können wir es noch ein bisschen beschleunigen. 11,320. Oh, da sind wir schon zu weit. So. Oh nein, nicht morsen. Oh, scheiße. Ich habe doch hier das Morse-Ding gesehen. Okay, Moment. Hä? Hier ist noch ein Morse-Code. Vielleicht ist es eher einer von denen hier. Ne, das ist ja das phonetische Alphabet. GCS-Code-Word. Das ist doch gerade GCS oder nicht? Moment. Kann ich denn da irgendwas draus ersehen? Gott, ist das kompliziert. Ein bisschen rauszoomen. Signal-Modulation. Ist ja AM. Hier gibt es aber nur LSB und USB. Also hier sind wir, glaube ich, noch falsch. Da sind wir, glaube ich, noch falsch. Okay, wir sind auf jeden Fall gerade bei Morse-Codes. Oh Gott, ich komme hier. Moment, ich muss eine Seite zurück. Hier. Das sind doch die Morse-Codes. Okay, warte. Fangen wir mal von vorne an. Ich glaube, das war fünfmal lang am Anfang. Oder viermal. Fünfmal. Das wäre also eine Acht. Ich gebe schon mal die Acht ein. Okay, ich versuche es jetzt zu merken. Acht. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Neun? Ich kann mir das nicht merken. Wir haben es bald, wir haben es bald. Hang in there. Moment. Das erste ist ein Null. Fuck. Fuck war fuck. Eieiei, Morsen habe ich immer gehasst. Gott, ist das schwierig. 097. Das habe ich jetzt rausgehört. Glaube ich. 09773. Und dann wieder eine 0. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war es. Okay. Reference word Kansas. Okay. Kansas it is. Ich werde das wieder hier gerade drehen. Einigermaßen. Kansas. Ich brauche Kansas. Home, Center, Orange, Landscape, Whiskey. Nicht Canvas, sondern Kansas. Kansas. Da sind wir. Largest number from original broadcast. Smallest number. Okay. Point. Punkt PKG. Punkt X. Point. PKG. Punkt. X. Neun war die größte Zahl. Und dann dasselbe nochmal mit der kleinsten Zahl. Point. Punkt PKG. Punkt X. Das müsste dann die 0 sein. Und Line 3 ist Sal minus A minus 46. Sal minus A minus 46. Ah ne, minus 4G. Ah, Entschuldigung. Minus 4G war das. Okay. Okay. Okay, Juan, we're done. Nothing has happened really, all good. What did you want? I'm about to head outside to look at this generator. My cabin is completely out. Listen, I just checked the roster and we were supposed to hear from the supply team three days ago. But I've had nothing. No responses either. Shit. What? Oh. Oh. I hope not. Three, can you monitor a range for me? They use an emergency signal somewhere between 8, 8,500 range. FM. See if you can track it down for me. That's our supply for the next six months. If they turn back, what do we do? We can reschedule. I'm more worried that they didn't turn back. Otherwise, we'd be having a drink by now. The boat was called 20F. God, yeah. Okay. Three. Eight, 8,500. 1000 FM somewhere. See if you can pick up a distress signal or something. Okay. Haben wir gerade Raketen abgefeuert? Da stand irgendwas von Launch and Scorched Earth. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Gucken wir mal, ob wir irgendwas reinkriegen. Das ist schon 8 und 8,500. Ich kann ja nicht antworten. Ich hab kein Mikro. Wir haben ein paar an Bord, aber das ist nicht genug. Wir versuchen, zurückzuhören, aber der Sturm oder sie. Wir haben uns mit unserem GPS und uns direkt in die Ere. Was auf der Erde sprachst du? Wir sind hier oben. Wir haben nur ein Wort von Zentral, dass die Neu-York fallen. Was? 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 Das wird wieder irgendein Raketenstart sein. Wir geben hier irgendwelche Raketencodes ein, Alter. Okay, LSB. 6.970. Irgendwas machen. Ich weiß nicht, was wir tun. Sierra. Hotel. Oh nein. Bravo. Echo. Ist doch eigentlich einfach, oder? Nein. Zulu. Sierra. Ach so. Okay, wir haben mittendrin eingeschaltet. Moment. Ich muss noch von vorne zuhören. Echo. Mai. Zulu. Sierra. Hotel. Bravo. Echo. Das erste Wort hab ich nicht verstanden. Mai. Mai? Ich muss ins Buch gucken. Das erste Wort verstehe ich nicht. Äh. Mai. Mai. Wir müssen ans Ende. Wir müssen nochmal zu dem militärischen Alphabet. Eigentlich ist es recht simpel. Aber ich verstehe das erste Wort nicht. Mai. Mai. Zulu. Sierra. Hotel. Bravo. Echo. Lime. Leimer? Mai. Nee. Mike. Hab ich doch M. Sierra. L. Moment. Hier steht... Ach, jetzt dreht er in die falsche Richtung. Hier steht ja was mit den Frequencies. Warte, welche Frequenz haben wir? 6.970. 6.970. Da ist A... Da ist A... Der dritte. Okay, 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 okay. Da muss ich alle... Von 1, 2, 3, 2 nach vorne. Da muss ich alle 2 nach vorne. Oder muss ich das in Zahlen umwandeln? Ah, okay, warte. Vielleicht in Zahlen umwandeln. M wäre dann 15. Z wäre 2. Äh, S... Wäre... Ich probiere das mal. 21. Das macht eigentlich keinen Sinn. H wäre 10. B wäre 4. Und E wäre 7, wenn ich mich nicht vertan habe. Geben wir das mal ein. 15. 2. 21. 10. 4. 7. Ach Gott, das war's. Okay. Ai, 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 das war eine schwierige Geburt. Okay, äh... Centaur. So, ich werde euch das ein bisschen zusammenschneiden, weil es hat echt lange gedauert jetzt. Ähm, so, wir brauchen jetzt... Oh, ist alles am Kopf hier. Centaur. Chevron. Drive. Sacrifice. Jennifer. Home. Centaur. Da sind wir. Okay, da muss ich nichts berechnen hier. M.Status-R. Moment. M.Status-R. M.Status-R. Punkt SDR minus Z. Command. Punkt SDR minus Z. Bravo. Und H. Punkt Grid. Ist das W? Punkt W. H. Punkt Grid. Punkt W. Zuru. 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 Gelauncht! Irgendwas wird gelauncht! Oh! Holy shit! Das ist gut, du bist gut. 1 aufleihen. Ach du Scheiße. Okay, ich blende mich wieder ein. Äh, USB. 8150 Kilohertz. Oh je, je, je. 8150, 50, 50, 50. 1, 8, 9, 0, 4, 5. Ich probier's einfach mal. 1, 8, 9, 0, 4, 5. Ah, das war sogar richtig. Okay. Code-Word Sacrifice. Das ist ja schon mal sehr beruhigend. Code-Word Sacrifice. Das hatten wir, glaube ich, hier. Guys, are any of you walking around in that store? That's crazy. You'll get yourself killed. No one is outside. You're seeing things, 4. 1, 8, 9, 0, 4, 5. Numbers 1, 2 und 3 represent a longitude. 1, 8, 9, 0, 4, 5. Die ersten drei. Rot.x. 1, 8, 9, 0, 4, 5. Uh, ah. 3. Number Station 3. This is Station 4. Do not go outside. Don't go out there. Stay inside. Lock up. Do not go out there. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Actuate. Y. Actuate. 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 1, 8, 9, 0, 4, 5. ich brauche jetzt appendix c appendix c da haben was nur noch ein bisschen drehen hier gcs code word wo ist oben da ist oben lsb oder usb wir sind auf usb 8150 usb nein 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 da nicht da 815 process total of broadcast numbers ok muss erstmal zusammenrechnen jetzt 18 22 27 nein ist nicht größer als 30 Alexander müsste dann das codewort sein probieren wir es mal ob das stimmt ok was haben wir getan open broadcast all launch transmitting codes 3 james the last signal hasn't sent my terminal is going crazy demanding response i think the wind is misaligned the transmitter or something we need to go out to it please james i'm sorry but i can't get out i'm trapped you'll still be able to hear wir werden gerade raus geschleift kann das oh was 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 so viel zu text adventure gott was ich tun soll wo ich hin soll ich gehe einfach mal diesen einigermaßen weg entlang ich bin jetzt mit der maus auf einem anderen bildschirm das ist sehr lustig ich hoffe ich muss nicht klicken jetzt hoch will ich hier hoch alter ich habe mich auf ein text adventure eingestellt jetzt auf einmal laufe ich in first person rum you will still be able to hear me though ich höre gar nichts mehr und was ist mein ziel wo soll ich hin was soll ich tun ich bin verwirrt bitte sprich doch mit mir zwei chipping wie viel kann ich damit jetzt irgendwas tun ich glaube ich habe einen generator angemacht ich brauche noch einen generator okay ich gehe einfach mal diesem kabel nach da scheint der andere generator zu sein kann ich rennen? ne kann ich nicht könnte auch dem wetter geschuldet sein dass ich gerade nicht rennen kann okay okay was habe ich getan was mache ich denn jetzt? muss ich jetzt wieder zurück ja? ich fühlte fast was ist los? wieso fühlst du deine beine nicht mehr? was ist denn passiert? ist hier noch was anderes außer der generator? ist hier noch ein motor? w4 nehme ich hier rein? fahren wir nicht ja ich denke wir müssen wieder zurück ja 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 ja.. ja 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 oh my god ich nehme mir schon mal drei thankiere schon diese folge auf was denn los warum steht hier Autos Was passiert hier? Was passiert hier? Hört er hier wispern He's coming back? Meinen die uns? Was ist das? Ich finde das nicht cool Hier flüstert die ganze Zeit irgendjemand irgendwas Den hier von uns? James Everyone is waiting on you You need to wake up Was? Wie? Wie aufwachen? Ich lauf doch hier rum Wieso denn aufwachen? Diese Maschinen Welche Maschinen? Ich seh keine Maschinen Ich seh nur Flaggen Ich hab keine Ahnung was passiert ist Mr. Asian Can you hear me? Ist ich wieder Mr. Asian? What? Welcome back To be concluded In der vierten Episode In der vierten Geschichte Alter! 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 Wie krass ist das bitte? Wie krass ist das? Jetzt sind wir wieder Mr. Asian Und dann James Sind wir James Asian Und wir sollen wieder aufwachen Und welcome back Und wir waren wieder Wir waren wieder Vor dem PC Von The House Abandoned Alter ich dreh am Rad Ich dreh am Rad Ich danke euch fürs Zusehen Ich hoffe ihr hattet viel Freude Freunde Bis zur nächsten Story Untold Macht's gut Tschüsschen!